Und endlich ist es mal wieder so weit, Leute. Ein neuer Poppy Playtime Song in Friday Night Funkin. Das letzte Mal, dass wir Poppy Playtime in Friday Night Funkin hatten, ist schon wieder ein paar Wochen her. Das war nämlich zum Release von Kapitel 2. Seitdem haben wir hier nichts Neues bekommen. Ich war auch sehr traurig. Aber es gibt jetzt einen neuen Mod mit drei neuen Songs versus eine neue Version von Hagiwagi. Jetzt denkt ihr bestimmt, was labert der? Was für eine neue Version. Aber so habe ich Hagiwagi wirklich noch nie gesehen. Sieht sehr interessant aus, werdet ihr gleich aber sehen. Das Ganze nennt sich Poppy Raptime. Was natürlich auch passt. Wir sind in Friday Night Funkin. Hier ist alles ein Rap Battle. Selbst einkaufen gehen wird hier zum Rap Battle. Machen wir uns nichts vor. Lasst ihr gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn euch Friday Night Funkin natürlich gefällt. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Checkt den ersten Link in der Beschreibung, um beim Instant Gaming Gewinnspiel teilzunehmen. Dort könnt ihr wie immer ein PC oder Konsolenspiel eurer Wahl gewinnen. Die Teilnahme ist kostenlos, also wer nicht mitmacht, ist selbst schuld. Deswegen klickt einfach mal auf den Link. Ich wünsche euch allen viel Erfolg, aber wir jetten jetzt erstmal rein in Poppy Raptime. Wir haben, wie gesagt, eine komplette Woche. Drei neue Songs versus Hagiwagi. Und wir haben hier jetzt Kapitel 1. Das können wir auf Easy, Normal und Hard spielen. Okay, es gibt nur Kapitel 1. Nur Kapitel 1, okay. Ich dachte, wir haben noch mehr Kapitel, aber egal. Also Kapitel 1, wir kommen in die Fabrik und wir haben drei Songs. Äh, ein neuer Freund, keine Umarmung mehr. Da ist der zweite Song und der dritte Song hat keinen Namen. Alright, klingt nach Spaß, Leute. Wir gehen rein. So, wir sind natürlich auf Hard im Game drin. Oh, ihr seht's schon. Der Artstyle ist so nice. Ich meine, guck mal, wie Hagi aussieht. Ultra cute. Er sieht halt richtig aus wie so ein Spielzeug. Richtig süß. Und wir haben jetzt, wie gesagt, drei Songs. Und in jedem Song sieht Hagi anders aus. Ihr werdet das gleich sehen. Ist richtig crazy. Aber der Song ist auch nice, ne? Der ist auch komplett neu. Den hatten wir noch nie. Hey, voll nice. Hagi sieht auch richtig süß aus, so. Mein Kummer, er lächelt so. Oh, ich muss mich konzentrieren, Leute. Wir sind auf Hard drin, natürlich. Okay. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Song gefällt. Ich finde den richtig gut. Aber ich muss jetzt gerade mal aufpassen. Ich habe eben viel zu viele Tasten schon verpasst. Ey, yo, der Beat wird ja nochmal nicer. Richtig gut. Ey, gefällt mir mega. Let's go. Oh. Alter, das waren aber viele Tasten. Aber gut, wir sind noch auf Hard drin. Okay. Ey, wir sind aber gut im Game jetzt. Ich muss mich erst mal einspielen. Ich habe schon wieder eine Woche oder so kein Friday Night Funkin gespielt. Aber wir sind drin. Aber wir sind drin. Ey, richtig gut. Und das war Song Nummer eins. Hagi sieht so süß aus, Leute. Und das war jetzt Song eins halt. Hagi noch richtig freundlich. Und jetzt in Song zwei müsste er schon langsam... Oh. Ihr seht's schon. In Song zwei fängt er jetzt langsam an, ein bisschen wild zu werden. Der Song heißt auch No More Hugs, keine Umarmung mehr. Und jetzt ist er böse. Jetzt ist er die böse Version von Hagi. Das simuliert also so ein bisschen den Spielablauf. Am Anfang ist Hagi freundlich und steht nur da rum. Und dann wird er richtig sauer. Und versucht uns zu erledigen natürlich. Oho. Oh. Ey, viele Tasten. Sehr schnell teilweise. Alter, aber richtig cooler Flow. Richtig nice. Let's go. Let's go. Ich muss mich aber konzentrieren, Leute. Aber der Song... Oh. Meine Nase hat gejuckt. Ich dachte, ich habe kurz Zeit. Aber die Songs gefallen mir übel gut. Die passen richtig so zu Poppy Playtime. Richtig stark. Und auch die ganzen Flaschis im Hintergrund, ne? Wir haben da Tricky. Wir haben Hank. Wir haben von Among Us was. Let's go. Aber dafür, dass wir auf Hard drin sind, sind die Songs bis jetzt eigentlich recht easy und entspannt, muss ich sagen, ne? Also könnte ich jetzt nicht sagen, dass das hier jetzt übermäßig, übermäßig heftig ist, ne? Aber ich glaube... Oh oh. Ich glaube, das geht hier jetzt nochmal in eine richtig heiße Phase. Oh. Oh. Jedenfalls klang es gerade so. Oh. Ey, aber die Songs gefallen mir so gut. Dieser ganze Aufbau, das Setting. Wie der Flow vom Song ist. Diese unterschiedlichen Phasen. Ultra gut gemacht. Richtig nice. I like it, Leute. Oh. Alter, was ist das? Okay. Jetzt wieder normal. Das war grad... Das war heavy. All right. Oh, nochmal schnell. Aber... Wir schaffen es durch. Let's go. So, das war der zweite Song, Leute. Und jetzt bin ich wirklich... ...gespannt, was im dritten passiert. Was? Kein dritter Song? Warum nicht? Okay, ich dachte echt, dass wir hier noch in diesen dritten Fragezeichen-Song reinkommen. Aber scheinbar... Ich weiß nicht. Äh, gibt's hier nicht? Keine Ahnung. Warte, vielleicht haben wir den in Freeplay drinne? Ne. Wir haben Hux. Und wir haben Squish. Das sind die beiden Songs, die wir jetzt haben. Die haben wir beide ganz auf hart durchgespielt. Okay. Da haben wir doch nur zwei Songs anstatt drei. Ich dachte, es sind drei. Ich fühle mich verarscht. Aber weil das Video sonst ein bisschen kurz wäre, Leute, haben wir noch einen zweiten Mod jetzt hier mit dem Video drinne. Und der ist für die ganzen Anime-Fans unter euch, weil das hier ist Versus Dragon Ball. Und zwar sogar Versus Vegeta. Und das ist besonders cool, weil für diejenigen, die es nicht wissen, ich glaube, in den Videos sieht man das gar nicht so oft. Aber ich habe ja hier ein, äh, ein Vegeta-Tattoo auf dem Arm. Und hier drüben ist noch Broly drauf. Und oben auf dem Oberarm kommt auch irgendwann noch, äh, Son Goku und so dazu. Also man könnte sagen, ich bin, äh, persönlich auch ein kleiner Dragon Ball Fan. Deswegen richtig nice hier. Super Saiyan Showdown versus Vegeta, Leute. Äh, hier in Friday Night Funkin. Let's go. Soll auch ein mega nicer Mod sein. Wir gehen natürlich Woche 1 auf hart rein. Wir haben auch hier zwei Songs. Let's go. Oh, okay, oh, da geht's auch schon los. Aha. Okay, Vegeta, äh, war auf der Suche nach einem blauhaarigen Gegner. Aber er hat natürlich jemand Größeres als Boyfriend erwartet. Egal. Wir machen ihn trotzdem fertig. Also, let's go. Erster Song versus Vegeta. Warum hat er nur drei Pfeile? Was ist da los? Was kaputt? Soll das so sein? Okay, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Aber ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Ob er jetzt drei Pfeile hat oder vier, ist ja irrelevant eigentlich, ne? Für uns. Okay, er hat wirklich nur drei Pfeile? Okay. Ey, aber okay. Whatever. Das würde uns nicht auffallen, Leute. Aber interessant. Habe ich noch nie gesehen. Dass ein Gegner nur drei Pfeile hat. Okay. Aber nicer Song. Vegeta, sehr cool. Oh, okay. Ey. Yo. Richtig nicer Song. Let's go. Ey. Richtig strong. Let's go. Come on. Ey, macht mir richtig Spaß. Jetzt schon. Aber der zweite Song soll erst der heftige sein. Also sehr gespannt. Wir sind übrigens natürlich auf Hard drin. Habe ich eben nicht erwähnt. Aber ich glaube, das muss ich auch nicht mehr erwähnen. Ho. Ah, ja moin. Der geht direkt in die erste Super Saiyan-Form. Jetzt schon. Ich dachte, er ist im zweiten Song. Okay. Hey, whatever. Okay, wir werden schneller. Oh. Oh, es wird noch schneller. Ey, bro. Chill. Hey, nicht so schnell. Wow. Oh. Oh, das ist sehr schnell, Leute. Let's go. Alter, man muss sich übel konzentrieren. Das ist verdammt schnell. Okay. Alter Propeller. Ey, wie geht der? Da geht der aber richtig ab. Ich hätte gedacht, das kommt erst alles im zweiten Song. Aber er reißt hier schon, kommt denn im ersten Song die Bude ab. Das war übel schnell. Zwischendurch. Okay, kommt hier noch was? Okay, nee, der Song läuft jetzt aus. Okay. Und wir gehen rein in den zweiten Song, nehme ich mal an. Ey, hoffentlich steigern die das jetzt nicht nochmal. Das wäre sehr übel. Das wäre gar nicht gut. Sehr ungesund auch. Oh. Klar. Vegeta ist jetzt aufgewärmt. Und er geht natürlich in die Super Saiyan Blue Form. Let's go. Alright. Come on, bring it. Oh, jetzt hat er vier Pfeile auch. Das bedeutet natürlich, er ist jetzt stärker. Klar. Okay, let's go. Der Song ist irgendwie sehr leise. Weiß nicht, ob das so sein soll. Aber für euch habe ich es wahrscheinlich laut genug gemacht. Okay, nice Geschwindigkeit. Nicer Flow. Aber es ist jetzt nicht zu schwer. Okay. Okay, die Melodie ist komplett weg. Hoho. Vegeta hat gefragt, ob wir ihn verarschen wollen. Das heißt, er geht jetzt nochmal ein bisschen stärker, oder was? Uh. Oh oh. Okay, okay. Geht er nochmal in eine stärkere Version? Wie geht er, hat er noch eine Form nach oben frei? Oh. Da tut er. Let's go. Okay, aber es... Es ist nicht schneller als eben. Es sieht jedenfalls nicht so aus. Es sieht in jedem Fall nicht so aus. Oh 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 oh. Alter. Chill, Bro. Okay. Alter, ich muss mich über konzentrieren, Leute. Aber ich glaube, wir haben es durch geschafft. Let's go. Vegeta besiegt. Nice. Richtig cool. Ey, auch ein richtig nicer Mod, Leute. Ey, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem heutigen Friday Night Funkin' Video. Erst versus Hagiwagi und dann ein kleiner Szenenwechsel. Und versus Vegeta. Richtig, richtig nice. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Mods in die Kommentare, Leute. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Ihr könnt jetzt gerne wie immer hier drüben euch noch irgendein Video aussuchen. Gern hier oben ein Abo dalassen. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Macht's gut. Und bis dahin.